Hallo und herzlich willkommen in der Liebubble. Wie schön, dass du mit dabei bist. Heute gibt es wieder eine Geschichte mit Dr. Kleinermacher und zwar dreht sich alles um die Bienen. Wenn du die ersten Geschichten von Dr. Kleinermacher verpasst hast, dann blende ich dir den Link dazu jetzt oben ein. Und wenn du die weiteren Geschichten auf keinen Fall verpassen willst, dann klick noch schnell auf Abonnieren und die kleine Glocke. Und dann würde ich sagen, mach's dir bequem, lehn dich zurück und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Tschüss! Das zweite Abenteuer im Bienenkorb Es vergingen einige Tage, ehe die Kinder wieder etwas von dem Doktor hörten. Tapfer hielt Traute, allen Versuchungen stand, irgendjemand von den Abenteuern mit Dr. Kleinermacher zu erzählen und auch Dieter sprach kein Wort von seinen Erlebnissen. Desto mehr hatten sich die beiden Kinder selbst zu erzählen. Traute wagte anfangs nicht, einen Wassertropfen zu trinken, da es ihr bald leid tat, die herrlichen Lebewesen im Wassertropfen zu vernichten. Aber Dieter klärte sie auf. So viel hatte er schon vom Dr. Kleinermacher gehört, dass reines Leitungswasser bei weitem nicht so viele lebendige Wesen enthalte, wie sie gesehen hatten. Je trüber das Wasser ist, desto mehr entwickeln sich darin Tier und die Pflanzenwelt. Tja, wenn das Wasser sogar rieche und man kaum den üblen Geruch aushalte, dann sei der Reichtum der Tierwelt unausdenkbar. Wenn man einen Tropfen Jauchewasser unter das Mikroskop lege, müsse man staunen. So gingen die Gespräche der Kinder einige Tage hin, und der Doktor ließ nichts mehr von sich hören. Tat es dem Dr. Kleinermacher etwa leid, die Kinder in sein Geheimnis eingeweiht zu haben? Fürchtete er, dass die beiden ihn verraten konnten? Aber er hatte doch fest versprochen, Dieter und Traute zu einem neuen Abenteuer einzuladen. Dieter hielt die Ungewissheit nicht mehr aus und suchte Dr. Kleinermacher auf. Freude strahlend kam er zurück und holte Traute ab. Es ist soweit, Traute. Wir erleben mein neues Abenteuer. Der Doktor musste nur noch einige Vorbereitungen treffen, und damit ist er jetzt fertig. Wir sollen beide kommen, Traute. Freu dich mit mir. Ich führe dich hin. Schnell. Mach dich fertig. Nicht zur Wohnung des Doktors führte jetzt Dieter seine Traute, sondern aus der Stadt heraus, und ihr Weg endete bei einem Landhaus. Ein Landwirt, der zugleich Imker war, nannte sich Besitzer des Häuschens. Im Garten trafen sie dann auch den Doktor. Guten Tag, Kinder, sagte der Doktor. Ich habe alles vorbereitet, und jetzt kann es losgehen. Ihr müsst wissen, diesmal ist es nicht so einfach wie bei dem Wassertropfen. Wir drei wollen nämlich einen Bienenkorb aufsuchen und zusehen, wie die fleißigen Bienen ihren Honig bereiten. Traute klatschte von Neugierde und Begeisterung in die Hände, und Dieter wollte sofort von dem Wunderwasser trinken. Aber der Doktor wehrte ab. Ihr macht euch die Sache zu einfach. Ach, wenn es nach euch ginge, sollten wir also vom Wunderwasser trinken, und dann könnten wir ja zusehen, wie wir Zwerge auf den hohen Bienenkorb hinaufkommen. Die Kletterei wäre zu anstrengend, und fliegen können wir auch nicht. Dieter meinte, man müsste neben dem Bienenkorb ein Brettergestell aufbauen. Na gut, sagte der Doktor. Inzwischen kommt der Besitzer, der ja von unserem Geheimnis nichts erfahren darf, und räumt das Brettergestell weg, während wir als Zwerge im Bienenkorb sind. Wie sollen wir dann wieder hinausgelangen? Na ja, Dieter, das sind so unsere Schwierigkeiten. Was sagst du aber zu folgender Sache? Die Bienen haben einen empfindlichen Stachel und töten jeden Fremdling, der in den Bienenkorb hinein will. Wie sollen wir uns dagegen wappnen? Dann ziehen wir uns Ritterrüstungen an, meinte Dieter. Aber woher nehmen und nicht stehlen? antwortete der Doktor. Doch will ich der Qual ein Ende machen. Hört mal zu. Zuerst dürft ihr nicht zu viel von dem Wunderwasser trinken, denn es darf nicht so stark wirken wie beim letzten Male. Wir wollen nicht so klein werden wie ein Stäubchen, sondern nur etwas kleiner als Bienen. Darum recht sparsam trinken, nur ein kleines Schlückchen nehmen. So, das wäre das Erste. Nun seht euch mal auf der Erde um. Da vor euch liegen drei betäubte Bienen. Ich habe sie eingefangen, vorsichtig betäubt und auf die Erde gelegt. Die müssen wir als Zwerge erreichen und uns daraufsetzen. Wenn die Bienen erwachen, fliegen sie so mit euch zum Bienenkorb. Aber ehe sie erwachen, streicht kräftig mit euren Händen durch das Fell der Bienen und reibt euch dann alle Glieder ein. Die Bienen töten nämlich alles in ihrem Bau, was nicht den bekannten Nestgeruch hat. Habt ihr euch so tüchtig eingerieben, dass ihr denselben Geruch habt wie die Bienen, dann werdet ihr nicht getötet. Von dem Geruch werdet ihr selbst kaum etwas verspüren, denn die Bienen haben viel feinere Nasen als ihr. So, nun ist alles vorbereitet. Die Vorstellung kann beginnen. Damit nahm der Doktor die Wunderflasche, trank einen mäßigen Schluck und die beiden Kinder taten dasselbe. Das Jucken und Zucken, das jetzt durch den Körper ging, das kannten die Kinder schon. Auch wussten sie, dass die heitere Stimmung, die sie ergriff, vom Genuss des Wunderwassers herrührte. Aber sie mussten doch wieder staunen, wie die Bäume und Sträucher immer größer wurden und wie das Gras über sie hinwegwuchs. Zwar standen sie auf einer sandigen Stelle, aber die hohen Gräser in einiger Entfernung kamen ihnen wie ungeheure große Türme vor. Bald hörte das Größerwerden der Welt auf und sie betrachteten nun den Boden, auf dem sie standen. Die Sandkörner lagen wie kopfgroße Felsen umher. Es war keine Freude, auf solchem Pflaster zu laufen. Aber es war bedeutend besser als damals das Gebirge der Tischplatte. Wie der Doktor befohlen hatte, suchten sie nun die drei betäubten Bienen. Und richtig, da lagen sie. Kaum hatte Traut ihre Biene erblickt, so schrak sie voller Widerwillen vor dem Ungetüm zurück. Dieter kämpfte alle furchtapfern nieder, aber Traute konnte sich dem Ungeheuer nicht nähern. Erst als der Doktor und Dieter schon auf ihren Bienen Platz genommen hatten, näherte sie sich schüchtern dem Fabelwesen. Und die Biene sah in der Tat furchterregend aus. Die Haare, die uns sonst wie ein Samtfell erscheinen, wirkten in der Nähe wie ein struppiges Borstenkleid. Der Hinterleib bewegte sich selbst in der Betäubung auf und nieder, denn die Insekten atmen nicht durch den Mund, sondern durch viele Leibesöffnungen, die sich an der Seite des Körpers befinden. Die Flügel schienen aus Glas zu sein, und der Kopf hatte ein paar Augen, die fast seine gesamte Oberfläche einnahmen. Aber Traute kämpfte allen Widerwillen nieder, ging schaudernd, aber unaufhaltsam auf ihre Biene zu und setzte sich zwischen Brust und Hinterleib direkt hinter den Flügeln auf das Insekt. Dann tat sie das, was auch der Doktor und Dieter machten. Mit ihren Händen wühlte sie auf dem Körper der Biene zwischen den Borsten umher und bestrich dann mit den Händen ihr Gesicht, ihre Arme, ihren Hals. Und das setzte sie fort, immer mit dem Gedanken, wenn ich deinen Geruch nicht habe, schreckliche Biene, dann töten mich deine Kameraden. Und plötzlich bemerkte sie, wie Leben in die betäubte Biene kam. Erst bewegten sich die Fühler hin und her, dann fing das Tier mit seinen sechs Beinen an zu kriechen, dann wurden die Flügel probeweise in Bewegung gesetzt, das um die Ohren der Armen traute, ein Wind sauste, der ihr alle Sinne nahm. Krampfhaft hielt sie sich an den Borsten der Biene fest und jetzt merkte sie auch, wie das Insekt in die Luft schoss. Zwar war der Flug nicht ganz sicher, die Biene flog zum ersten Mal mit Passagier in ihrer noch nicht ganz überstandenen Betäubung, und da kam ihr der Luftreiter nicht völlig zum Bewusstsein. Aber der Flug war doch so schnell, das Traute nicht wusste, ob sie noch lebte oder schon tot sei. Die Biene aber hatte nur einen Gedanken, hin zum heimatlichen Bienenkorb. Dieter musste ähnliche Empfindungen durchmachen. Er war zwar ein mutiger Junge, aber der Flug zum Bienenkorb durchte ihm doch wie ein Flug in schwindelige Stratosphären. Nur der Doktor war in jeder Lage Herr über sich selbst. Sein Wissensdurst war zu groß, als dass er sich irgendetwas entgehen lassen wollte. So beobachtete er beim Besteigen seines Flugzeuges, dass die Biene von Bienenläusen geplagt wurde. Das sind Tiere, die am Körper der Bienen schmarotzen und das Aussehen von Läusen haben. Zwar saugen die Bienenläuse kein Blut, sie suchen nur nach Nahrungsresten auf der Oberfläche des Körpers, aber viele Bienenläuse können der Biene doch unangenehm werden. Auf dem Brettchen vor dem Flugloch des Bienenkorbes landeten die drei Bienen und dann krochen sie hintereinander in das dunkle Flugloch. Wie ein stolzer Spanier auf seinem Streitroß, so ritt der Doktor in den düsteren Bienenkorb hinein. Und kaum waren die drei drin, so gab er den Kindern ein Zeichen, von den Reittieren abzuspringen. Traute kam dabei zu Fall, sie stürzte so unglücklich, dass die Biene mit ihren Hinterbeinen über Traute hinweg ging. Das Kind schrie ängstlich auf, Dieter und der Doktor eilten hilfsbereit herbei, aber zum Glück war Traute gesund und munter. Nur der Schreck lag ihr noch in allen Gliedern. Sie jammerte, dass sie sich so sehr fürchte und dass sie lieber daheim geblieben wäre. Der Doktor tröstete sie, so gut er konnte. Sieh mal, Traute, die Tiere tun uns nichts, wir haben ja denselben Geruch wie sie. Nur Wesen mit fremdem Geruch greifen sie an, dir geschieht wirklich nichts. Auch Dieter nahm sich der Traute an, dabei war ihm aber nicht viel besser zumute als ihr. In dem dunklen Bienenkorb konnte er gar nichts sehen. Nur dicht am Flugloch war eine Helligkeit, sonst spürte er weiter nichts, als ein ungeheures Krabbeln, Rauschen und Verüberrascheln, ohne irgendetwas sehen zu können. Dabei spürte er eine Backofenwärme in der dunklen Höhle und merkte, wie ein warmer Luftstrom zum Flugloch hinwehte und ein etwas kühlerer Luftstrom ging von außen nach innen. Wer sollte in dieser unheimlichen Welt keine Furcht bekommen? Aber allmählich gewöhnten sich die Augen an das Dunkle und langsam begann jeder in dem großen, düsteren Dom die Dinge zu unterscheiden. Mit Erstaunen gewahrten sie, dass keine Biene von ihnen Notiz nahm. Jede Eme krabbelte an ihnen geschäftig vorüber, ohne sich über die Gäste zu wundern. Die Kreaturen dort haben unseren Nestgeruch, das genügt, so dachten anscheinend die Bienen. Jetzt beruhigte sich auch Traute und alle drei versuchten, die Dinge in dem großen Dom, genannt Bienenkorb, zu unterscheiden. Zuerst erblickten sie eine ungeheure Wand mit unzähligen sechsseitigen Öffnungen. Auf diesen Wabenöffnungen krabbelten so viele Bienen wirr durcheinander, dass Dieter zuerst weder System noch Ordnung erkennen konnte. Dann aber sah er, dass um eine größere Biene sich ein besonderer Kreis bildete. Die Biene in der Mitte war nicht nur größer, sondern auch schlanker und hatte gelbliche Hinterfüße im Gegensatz zu den dunkleren Hinterfüßen der anderen Bienen. Die größere Biene war unzweifelhaft die Königin. Immer waren ein paar Arbeiterinnen um die Königin bemüht, reichten ihr Nahrung zu, fütterten sie und waren ihr in jeder Art dienstbar. Die Königin aber legte immer zur Eier. Wie am laufenden Bande setzte sie unbekümmert ihre Tierproduktion fort. Ihren Hinterkörper senkte sie für einen Augenblick in eine Zelle, ließ ein Ei fallen und dann beehrte sie die nächste Zelle. Der Doktor Kleinermacher hatte den Kindern viel zu erzählen. Hier könnt ihr wieder mal sehen, Kinder, wie unsere Worte und Begriffe verkehrt sind. So eine Königin lebt drei bis fünf Jahre. Immerzu legt sie Eier. Es sind am Tage ungefähr 500. Wenn sie sich aber anstrengt, kann sie am Tage sogar 2000 Eier legen. Das ist ihre Beschäftigung, weiter nichts. Und zu diesem Geschöpf sagen wir Königin. Ich sage euch, es ist eine Schwerarbeiterin. Nicht die Königin lenkt und regiert den Bienenstaat, sondern die klugen, zahllosen Arbeiterinnen. Wir werden das noch beobachten können. Schaut mal hin, da werden Eier in ziemlich kleine Zellen gelegt. Es sind befruchtete Eier, wie ich euch verraten kann. Legt die Königin ein unbefruchtetes Ei, dann wächst eine männliche Biene eine Drohne heraus. Eine Arbeiterin ist nämlich ein Weibchen, allerdings ein verkümmertes Weibchen. Das echte Weibchen ist allein die Königin. Da oben seht ihr eine viel größere Zelle. Sie ist auch nicht sechseckig, sondern ragt weit hervor. Da hinein wird ein befruchtetes Ei gelegt. Die Made in der größeren Zelle erhält eine besondere Nahrung und nach einiger Zeit hat sich eine neue Königin entwickelt. Ist das nicht sonderbar? Nur die Wiege ist gräumiger und größer und die Nahrung ist besser und auserwählter und schon wird aus dem gewöhnlichen Ei eine Königin. Das ist so sonderbar, dass ich mich immer wieder darüber wundere. Denkt euch mal an, wenn bei uns die Schlosser, Tischler, Beamten, Soldaten und Priester auch nur durch eine besondere Wiege und durch besondere Nahrung zu ihren Berufen bestimmt würden. Nun muss ich euch mal erklären, was aus einem gewöhnlichen Arbeiterin-Ei wird. Aus dem Ei kriecht bald eine kleine Larve, wie eine Made aussehend. Die Made wird von den Bienen mit Honig und Blütenstaub gefüttert und nach einiger Zeit verpuppt sich die Larve und wird eine bleiche, scheinbar leblose Mumie. Jetzt machen die Bienen einen Deckel auf die Zelle, damit die Puppe Ruhe hat und Zeit, sich zu entwickeln. Da, schaut mal hin! Dort kommt eine Puppe zum Leben und will eine Biene werden. Dieter und Traute folgten dem Finger des Doktors und sahen aus seiner Zelle eine bleiche, farblose Biene kriechen. Die Neugeborene war nicht kleiner als die anderen Bienen, sie war aber noch unbeholfen und sofort kamen emsige Bienenammen gerannt und halfen der Neuen, sich aus der Zelle zu befreien und entfernten die letzten Schalen und Reste der Puppenhülle. Sehr besorgt waren die Ammen um die Neugeborene. Die junggeborene Biene durfte noch nicht den Bau verlassen, sondern musste im Bienenkorb bleiben. Die blassen Bienen können die Sonnenstrahlen noch nicht aushalten. Es gab auch genug Arbeit für die Bienenjugend im Hause. Dieter und Traute sahen, wie junge Bienen eine Kette bildeten bis zur Öffnung des großen Bienenkorbes. Dann schlug die Bienenreihe im Takte die Flügel und sorgte so für die Lüftung des Baus. Die jungen Bienen übernahmen die Aufgabe von Ventilatoren. Frische Luft soll in den Bau hineinkommen, damit die Bienen besser atmen können. Auch muss der Honig in den Zellen dickflüssiger werden, er muss eindampfen und das kann er nur, wenn die Luft immer wieder erneuert wird. Andere junge Bienen übernahmen die Aufräumungsarbeiten im Bau. Sie hatten Stubendienst. Die Bienen sind nämlich sehr sauber und sie gehen lieber an Darmkrankheiten zugrunde, ehe sie ihren Bau selbst beschmutzen. Aber die bösen Männer, die Drohnen, sind bei weitem nicht so sauber und so müssen die jungen Hausmädchen ständig sauber machen. Ist der Schmutz zu groß, dass er nicht hinausgeschafft werden kann, dann breiten die Bienenwachs und Bienenkitte über den Schandfleck und der Unrat ist luftdicht abgeschlossen. Na, die Bienen sind sehr sauber. Die alternden Arbeiterinnen sterben im Freien, verlassen von allen ihren Kameradinnen, mit ihrer Leiche verunziehen sie nicht den Bau. Der Kameradschaftsgeist der Bienen kann von niemand überboten werden. Das war noch nicht die gesamte Hausarbeit der jungen Bienen. Andere drückten aus den Ringen ihres Hinterleibes Wachsplotten heraus und bauten mit diesem Wachs die sechsseitigen Zellen. Die Bienen haben keine Maschinen und keine Werkzeuge, ihr Körper ersetzt alle Werkzeuge und Maschinen. In ihren Leibern formen sie wie in einer großen Fabrik Wachsplotten zum Wabenbau. Jetzt beobachteten Dieter und Trauter eine junge Biene, die zum ersten Mal einen Flugversuch unternahm. Ihre bleiche Farbe hatte sie verloren. Lange probierte sie ihre Flügel vor dem Flugloch, dann startete sie in die unbekannte neue Welt. Aber die Biene flog nicht davon, sondern blieb immer fliegend in der Nähe des Flugloches, den Kopf immer während dem Flugloche zugewandt. Erst als sie sich lange genug den äußeren Eingang des Bienenkorbes eingeprägt hatte, flog sie von dann. Jetzt wandten sich Dieter und traute wieder dem Inneren des Honigdomes zu. Vieles hätten sie gar nicht verstanden, wenn der Doktor es ihnen nicht erklärt hätte. Nicht alle Zellen dienten der Aufzucht der jungen Brut, die meisten Zellen waren Vorratskammern für Honig und Blütenstaub. Die fleißigen Arbeiterinnen müssen nämlich nicht nur für sich, für die Brut und für die Königin Honig sammeln, sie müssen auch Vorrat für den langen Winter schaffen und außerdem noch die faulen Drohnen ernähren. Den meisten Honig aber stiehlt der Mensch. Aus den Blüten saugen die Bienen den flüssigen Nektar. Nektar ist aber noch lange kein Honig, der Nektar der Blüten muss erst in den Honigmagen der Bienen wandern. Dort wird er tüchtig umgewandelt, er verliert viel Wasser und aus dem Zucker des Nektars wird der Zucker des Honigs. Aus dem Magen kommt der Honig endlich in die Wachszellen. Aber noch lange ist der Honig nicht fertig, immer noch muss er Wasser verlieren und verdunsten. Daher bemühen sich auch die jungen Bienen mit ihren Flügelventilatoren die Luft zu erneuern. Zum Schluss sticht die Bienen in den Honig hinein und fügt dem süßen Saft einen Tropfen Ameisensäure zu. Ameisensäure ist nämlich in dem Giftstachel der Bienen. Die Chemiker bezeichnen diesen Stoff so, weil die Ameisen den gleichen Giftstoff haben. Mit dem Gift versehen hält sich der Honig besser. Auf die Wabe kommt nun ein Deckel aus Wachs und der Honig ist fertig. Die Bienen essen aber nicht nur Honig. Sie verlangen auch nach Bienenbrot und Bienenbrot besteht aus Blütenstaub, aus den sogenannten Pollen. Dieter und Traute sahen, wie immer neue Arbeiterinnen von der Reise im Sonnenschein zurückkamen. Ihre Beine waren so voller Blütenstaub, dass es aussah, als hätten sie bunte Hosen an. Nektar und Blütenstaub, das ist noch nicht alles, was die Bienen sammeln. Das Wachs bereiten sie in ihrem eigenen Körper, den Bienenkitt aber sammeln sie von den harzigen, klebrigen Knospen der Bäume. Mit Bienenkitt verstopfen sie dann die Ritzen und Schäden ihres Baues. Nicht immer finden die Bienen im freien Honigblüten und Nektar. Dieter besann sich darauf, dass die Blätter mancher Bäume mit einer durchsichtigen, klebrigen Masse überzogen waren. Der Doktor hatte ihm früher erzählt, dass die Blattläuse diesen klebrigen Zuckerguss erzeugen, auf den besonders die Ameisen scharf sind. Aber auch die Bienen saugen diesen Honigtau auf und verarbeiten ihn zu echtem Honig. Nur soll dieser Honig bei Weitem nicht so gut sein wie der Blütenhonig. Drei bis fünf Jahre alt wird die Königin, die Arbeiterin aber nur sechs bis acht Wochen. Sie arbeitet sich buchstäblich zu Tode. Immerzu ist sie unterwegs, um neuen Honig und Blütenstaub zu suchen. Dabei werden die zarten Flügel immer mehr beschädigt, bis sie schließlich zu dünnen Streifen ausfransen. Noch kann die Arbeiterin auf ihrem letzten Fluge die Blüte erreichen. Mit Honig und Blütenstaub beladen, kann sie sich aber nicht wieder erheben. Und sie bleibt draußen und erwartet in der kühlen Nacht ihren Tod. Manchmal erscheint auch der Bienenwolf, eine Wespenart, überfällt draußen die sammelnde Arbeiterin, betäubt die Biene und schleppt die Beute zu seiner Brut, um dieser Nahrung zu geben. Dieter und Traute hatten immer wieder in dem dunklen Honigdom etwas zu sehen und zu hören. Und sie hörten unermüdlich auf die erklärenden Worte des Doktors Kleiner Macher. Was war denn jetzt wieder los? Durch den ganzen Bau ging eine Aufregung. Die Bienen summten nervös, vergaßen ihre Arbeit und rannten ohne jede Ordnung wirr durcheinander. Irgendein großes Ereignis kündigte sich an. Hatten die Bienen die drei fremden Menschen entdeckt und wollten sie den Bau alarmieren, um die drei Eindringlinge hinauszuwerfen? Traute und Dieter bangten um ihr Leben, doch der Doktor lächelte nur. Die Sache würde also schon in Ordnung gehen, denn der Doktor Kleiner Macher, der wusste ja alles. Jetzt rannte auch die Königin aufgeregt hin und her. Zornig und erbost stieß sie immer wieder einen kampfesmutigen Laut aus, der ungefähr wie Tü-Tü klang. Aus seiner Königin wiege antwortete es hinter dem Wachsdeckel Qua-Qua. Das war für die Königin genug. Wütend wollte sie sich auf die Königin wiege stürzen. Sie hatte selbst ihrer Thronfolgerin das Leben gegeben und nun war die Kronprinzessin in der Wiege fertig und wollte die alte Dame vom Throne stürzen. Zornig rannte die Königin auf die große Zelle zu und wollte den Deckel abreißen, die noch junge Königin herauszerren und zu Tode stechen. Aber die Arbeiterinnen duldeten keinen Königin Mord. Schützend stellten sie sich mit ihren Leibern vor die königliche Wiege und wehrten die noch regierende Majestät ab. Revolution im Bienenkorb. Die Untertanen verweigern dem Gehorsam. Die Königin soll nicht unumschränkt herrschen können. Nun wird es Zeit, den aus den Fugen geratenen Staat zu verlassen. Die Königin drängte zum Ausgang, dem sie sich seit Monaten nicht mehr genähert hatte und ihre Augen, die sich bisher nur im Halbdunkel betätigten, setzte sie jetzt der prallen Sonne aus. Sie ging nicht allein, die Königin. Hunderte von Untertanen schlossen sich der beleidigten Königin an und versuchten mit ihr die Reise in das Unbekannte. Irgendwo wollten sie sich eine neue Heimat finden. weiter nichts übrig, als sich von den Tieren treiben zu lassen. Der Doktor setzte sich kurz entschlossen auf eine Biene und benutzte das Insekt wieder als Reittier. Er rief den Kindern zu, das Gleiche zu tun, denn wenn sie von den Bienen zum Abgrund gedrängt wurden, dann stürzen sie sicher zu Tode, glaubte er. Kaum hatten die drei die Bienenrücken eingenommen, so ging auch schon die Reise in die blaue Luft los. Zu Hunderten schwärmten die Bienen umher, immer hinter ihrer vom Thron gestürzten Königin. Der Schwarm der Bienen wallte auf und nieder. Traute musste sich ängstlich festhalten, um nicht bei der wilden Reise über Bäume und Sträucher das Gleichgewicht zu verlieren. Dabei tönte das Gebrumme und Gesumme der Bienen wie eine Flotte von Hunderten von Bombengeschwadern. Vor Angst und Furcht schloss sie beide Augen. Dieter aber wollte sich die sonderbare Welt von oben ansehen und hielt die Augen tapfer auf, obgleich auch ihn die Furcht so packte, dass er zitterte. Nur beim Doktor schien die Wispegie über jede Furcht zu segen. Nun kam der aufgeregte Bienenschwarm zur Ruhe. Die Königin hatte sich an einen Ast gesetzt und alle Bienen umklammerten sich in langem Schlauch an ihre Königin. Endlich, endlich war die tolle Reise zu Ende. Da die Bienen sich nicht rückten und rührten, mussten die drei zusehen, wie sie ihren unglücklichen Platz verlassen konnten. Sich einfach herabfallen zu lassen, hätte den sicheren Tod bedeutet. Ein Sturz von der schwindeligen Höhe wäre Wahnsinn gewesen, so meinten sie. Zum Glück hatten sich ihre Reittiere nicht weit vom Ast niedergelassen. Mit Grauen dachten die drei daran, was geschehen wäre, wenn ihre Bienen sich zufällig nicht so günstig, sondern weit ab vom Ast und tief drinnen im Bienenschwarm niedergelassen hätten. So aber konnten sie den Ast mit einiger Mühe erreichen. Nur musste Dieter der Traute beim Klettern über die Bienenleiber behilflich sein. Endlich waren sie zum Ast gelangt und wollten sich gerade zur Ruhe niederlassen, als weder das bekannte Prickeln und Zucken im Körper einsetzte. Ma wir werden größer sagte der Doktor. Nun seid recht vorsichtig Kinder richtet eure Körperstellung so ein, dass ihr beim Wachsen mit gespreizten Beinen über dem Ast sitzt. In einer anderen Stellung könntet ihr vom Baume fallen. Die Kinder taten was der Doktor riet und richtig als sie wieder die Normalgröße hatten saßen sie mit gespreizten Beinen auf einem Ast und dicht unter ihnen klammerten zu einem großen Schwarmbeutel zusammen. Noch hatten sich die Kinder nicht an den neuen Anblick gewöhnt, als vom Gartentor her die Stimme des Imkers schallte Was muss ich sehen? Meine Bienen haben geschwärmt, ich muss sie schnell einfangen. Und was macht ihr da oben auf dem Baume? Deswegen braucht man doch nicht auf die Bäume zu klettern, Kinder, habt ihr aber keine Angst, die stellte eine Leiter an den Baum und die drei kletterten hinab. Sie hatten keine Lust, nach ihrem sonderbaren Erlebnis mit dem Imker gleichgültige Gespräche zu führen. Rasch verabschiedeten sie sich und suchten ihre Wohnungen auf. Das war das nächste Abenteuer beim Dr. Kleiner Macher. Wenn es dir gefallen hat und du mir helfen möchtest, dass mein Video auch anderen Leuten angezeigt wird, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut.